Dann wird es sichert. Nein. Ich ahne, was kommt. Nein. Er konnte nicht loslassen. Er hat nicht gelernt, loszulassen. Dann waren sie nicht... ...waren sie schon, aber sie waren tot. Was hast du gemacht? Was um alles in der Welt... ...siehst du es nicht? Das sehe ich auf den ersten Blick, wie sie leiden. Jetzt zieht ihr mal das Märchen von den drei Brüdern. Ich komme zu ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Jetzt zeig dir mal den sehr starken Laufer. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jodie. Die zweite Brüder steht vor mir. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die einzige, die es schaffen kann, Jodie. Du kennst sie. Du kennst sie. Wir hätten es damals nicht tun sollen. Ich bitte dich. Jodie. Tu das für mich. Das war ein Fehler. Gib mir deine Hände. Nein. Was tust du? Nein. Es war schon damals ein Fehler. Ja. Dadurch hat er Hoffnung gefasst, sie noch mal wieder zu... Siehst du nicht, wie die Leibinnen leiden? Als ob das jetzt hilft. Vielleicht können sie ihm sagen, wie sehr sie leiden. Helen, mein Schatz. Wir haben dich so vermisst. Lass uns gehen, Nathan. Du tust uns weh. Wir wollen endlich gehen. Lass uns los! Du! Du lügst! Helen hat das nicht gesagt. Du warst das! Du hältst sie hier fest. Da sieht jeder Blinde aus. Das ist überhaupt nicht wahr! Du lügst! Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen! Ich weiß, sie wollen bei mir sein! Du folterst sie, Nathan! Wenn du sie liebst! Wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen! Sie sind längst tot! Längst tot? Die Tod ist gar nichts! Verstehst du mich? Gar nichts! Lebe wohl, Nathan! Ich hoffe, du findest richtig! Er sieht es scheinbar nicht. Er ist total blind. Besessen von seinen Gedanken, sie wieder zurückzuholen. Sieht ja nicht, was vor ihm steht. Was hast du vor, alter Mann? Dieser Blick! Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Das ist mein Plan. Los gehen wir schnell! Bevor er sich zuletzt, bevor er dir noch auf dumme Ideen kommt! Und das wird ja... Na das war klar. Ah das war klar. Schön sie wieder zu sehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. War das klar? Hab ich es gesagt? Lass mich raten. Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Ach, wo habe ich das schon mal gesehen? Wo habe ich das schon mal gedacht? Hm. Wir hätten das kommen sehen. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Das war ja so unvorhersehbar. Auf Wiedersehen Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für die Rede. Wie hätte das denn... Das war ja so... Also dass das passiert... Hat ja nun wirklich keiner... Wir haben keinen Nutzen mehr für sie haben. Schalten sie uns aus. Genauso wie die Mutter. Ähm... Wer hat dieses Zitat gesagt? Ja. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar. Aber ich wollte es nicht sehen. Du Kopf, du Dummkopf. Du Idiot. Blätter. Du Blätter. Schwachmarsch. Schwachmarsch. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon... Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimensionen. Das ist das Wahnsinn. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Sie auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Die Tod kann man nicht besiegen. Hab Vertrauen in mich. Alles... Alles wird gut ausgehen. Der Tod ist enthütig. Ach, Jodie. Du schaffst das nicht ein. Versuch was anderes. Mach die letzte Mission. Die wird... Das wird keinen... Das wird keinen... Das wird keinen... Die werden uns gehen lassen. Wat so tun ist. Wohlfölf... Wohlfölf... ja drei monate frei an einem strand auf einer exotischen insel bestimmt diese bastarde was kann ich machen wie soll ich es wie hey ich habe noch ein paar e-mails die erst raus sollen das müsste ich erst erledigen bevor wir den probieren kein problem siehst du es nicht kohl hier hallo was muss man noch machen sind die existenzen im labor um gottes will nein die bleiben schön hinter dem eindämmungsfeld beiden bist du es eiden das ist echt nicht witzig das ist los ein wo es jody ich bin in die fahrer wir können nichts machen wo jetzt wird etwas näher ja hier lang nein okay verstehe da war irgendwas wird lang du willst dass wir den aufzug nehmen ist das richtig jetzt schnell 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 lasst euch nicht aufhalten möglicherweise müssen wir die wache ausschalten shit, ne wache, lass mich machen ich habe level 3 autorisierung er gehört zu mir tut mir leid, mr freeman, sie verfügen leider nicht über den korrekten autorisierungslevel machen sie doch mal eine kleine ausnahme, ich gehe und zeige ihm geht nicht, sir, diese zone ist level 4 klassifiziert, das erfordert die korrekte zulassung schluss uns an ihm vorbei ich wüsste wie das muss schnell passieren tisch 42, hallo tisch 42, hallo tisch, hallo ryan clayton tisch 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 da kommt's warum sollte er das er hat das schon getan große Güter jetzt schnell wir werden den ganzen laden wo geht's hin wir müssen vielleicht in die falsche Richtung wir laufen in die falsche Richtung wir haben vielleicht eine Chance das Feld zu reaktivieren vielleicht ist es auch zu spät wir kommen rein da durch durch das Chaos er ist sabotiert worden Halt's Maul aus dem Weg was die Infrawelt braucht wird so ein Mistkerl wie Sie gehen Sie mir aus dem Weg Kleten Sie werden mich sofort ausbitten Kleten Achen Kleten das ist mein Befehl Verstehen Sie das als meine Kündigung Sie gehen alle rauf hier wir werden allen was machen wir jetzt hier was sollen wir tun ah hier es funktioniert nicht ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld wir können hier nichts tun hauen wir ab solange es doch geht wartet eine Sache kann ich noch versuchen hier rein dort das ist ein mobiles Eindämmungsfeld das müsste lang genug ausreichen ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung es gibt die einzige Chance die Kluft zu schließen keine große Chance aber die beste die wir haben das ist Wahnsinn Lass Jodie das mal rein das ist keine gute Idee das müsste alle gleich mit reinkommen das ist unklug die Beta-Sonne ist im Zentrum der Kuppel niemand war hier da bis jetzt wir wissen also nicht was uns erwartet wie lange haben wir nach Aktivierung eine Selbstzerstörung gekommen das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung Superverse ist so zu nennen wir kommen nicht zurück die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür wir haben Gesellschaft sie haben uns nicht entdeckt wir müssen es schaffen die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür Scheiße ich hoffe du hast recht sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende das ist alles ich werde jetzt nicht mehr das ist die Kondensatorzone das ist Jodie Noch schlecht. Ist das noch so? Ohohohohohoh Wow 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 Kaul Das ist cool Das wird kein zurück Ich komm da doch durch Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, 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 niemals. Ich lasse dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jodie. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jodie. Er wird doch nicht sterben. Dann komm. Das konnte ich noch nie besonders gut. Ist er jetzt tot, oder was? Meine Fresse. Weil wir ihn schlecht geheilt haben. Das ist die Antwort, warum das Betasonne heißt. Das ist die Betasonne. Los, ziehen wir es durch. Und weiter voran. Durch. Verlorene Seelen. Du darfst nicht hinhören. Geh weiter. Ich kann dich vergessen. Keines bestes Wünschen. Wer sind die? Seelen. Weiter. Verlorene Seelen. Sagt ich ja. Sie kreisen uns ein. Ich weiß. Oh, ich will das nicht. Durchhalten. Weiter. Ich suche mein Baby. Hast du es gesehen? Nein. Nein, ich. Weiter. Kann ich nur rühren. Verdammt. Verlieren wir alle hier. Ja, er ist auch eine verlorene Seele. Sie werden nicht kommen. Sieh dich doch um, Nathan! Verlorene Seele, wie du! Verloren bin immer, nur weil du die Wahrheit nicht erträgst! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Lass mich vorbei, Nathan! Der Kondensator muss vernichtet werden! Du weißt, das ist der einzige Weg! Nein, Nathan! Tu nicht, was ich denke, was du gleich tust! Okay, das habe ich nicht gedacht! Das war genauso blöd! Ach, ich habe euch vermisst! Ich habe euch so vermisst! Du bist... Du... Doofkopf! Idiot! Jody! Fuck! Da bist du! Was war los? Seine Suche ist eben vorbei! Komm mit! Komm mit! Das Suizid ist keine Lösung! Komm mit! Oh ha! Verdammt! Verdammt! Ich kriege Kwiatkäm Evans! Yíy, ha! Da geht der Gürtel aus. Nein. Sei nicht blöd. Verdammte Scheiße, Mann. So blöd. Wir verlieren alle. Neven, Kohl, Cerno. So blöd, Kohl, Cerno. So blöd. So blöd, Kohl, Cerno. So blöd, Kohl, Cerno. So blöd, Kohl, Cerno. So blöd. So blöd, Kohl, Cerno. So blöd, Kohl, Cerno.